Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Und das Striker eine Panzerung aus Aluminium, was das Gewicht natürlich erheblich reduziert, aber an der Überlebensfähigkeit ändert sich dadurch eigentlich rein gar nichts, weil die Aluminium-Panzerung schützt auch nur gegen geringe Kaliber und Schrapnelle. Und wenn der Panzer auf BR-80 oder 90 landet, haben die meisten Panzer dort oben hochkalibrige MGs dabei. Also jeder Panzer kann dich höchstwahrscheinlich mit den MGs einfach kaputt schießen. Wenn man jetzt also den Striker spielt, sollte man ihn aus der zweiten, dritten Reihe als Support agieren lassen. Heißt also, man sollte die niedrige Soläte und die hohe Mobilität ausnutzen, anstatt auf physische Panzerung setzen, weil die ist natürlich nicht vorhanden. Und wenn man jetzt die ganzen verschiedenen Faktoren zusammenzählt, wie geringer Bodendruck, leichte Panzerung und einem guten Leistungsgewicht plus einem 190 PS Dieselmotor, soll er eine hohe Mobilität auf der Straße sowie im Gelände besitzen. Und, was noch dazu kommt, eine Höchstgeschwindigkeit von 80 kmh auf der Straße. Ob der jetzt dann wirklich erreicht, sieht man dann im Update. Somit kommen wir auch schon zum Ende dieses Videos. Ich habe jetzt extra die geschichtlichen Hintergründe weggelassen. Falls ihr beim nächsten Video diese geschichtlichen Hintergründe gerne drin haben wollt, schreibt mir das in die Kommentare, dann packe ich das im nächsten Video mit rein. Ansonsten, falls euch das Video gefallen hat, natürlich Daumen nach oben nicht vergessen und dann sieht man sich hoffentlich wieder bei der nächsten News-Folge. Ciao! Bis zum nächsten Mal.